Musik Es gibt nur wenige, die keinen Kaffee trinken. Es gibt allerdings auch nur wenige, die Kaffee wissen. Das möchte man in einer kulturhistorischen Ausstellung im Dicken Wilhelm auf der Freiburg-Neuenburg ändern. Ja, unsere Ausstellung Bitter-Süßer-Rausch-Kaffee-Erobert-Europa betrifft ja unser gesamtes Gebiet. Und auch im alten Freiburg, was ja historisch zum Kurfürstentum Sachsen oder dann zum Herzogtum Sachsen-Weißenfels gehörte, in der Zeit des Barock, also als der Kaffee nach Europa kam, spielte das Schloss Neuenburg als herrschaftlicher Ort des Genusses auch eine Rolle. Und wir haben auch im Fundus unseres Hauses wunderschöne Stücke, auch aus anderen Häusern. Und so entstand die Idee an einem Ausflugsziel, eine Genussausstellung zu machen. Und wenn Sie so wollen, ist es ja die Kaffeefahrt einmal anders, die hier zum Ausflug führen soll. Der Kaffee selbst ist im Vergleich zu anderen Getränken relativ neu. Im Ursprungsgebiet der Region Kaffa, in Äthiopien, wurde er zwar bereits im 9. Jahrhundert erwähnt, Sein Siegeszug als belebendes Getränk begann Mitte des 15. Jahrhunderts im arabischen Raum. In Venedig, Oxford und London gab es 200 Jahre später die ersten Kaffeehäuser. Es gibt auch eine Sonderedition Kaffee zu unserer Ausstellung, mild und kräftig. Das ist also ganz bewusst jetzt nicht unterteilt nach Damen und Herren, sondern man kann sich ja da aussuchen, ob er eher das Kräftige oder das Milde bevorzugt. Und ja, Kaffeegenuss spielt natürlich in unserer Region wie generell im menschlichen Leben schon eine Rolle. Ich habe gesehen, es gibt ja nun viele Ausstellungsstücke aus den 50er Jahren, wo die Leute nach Kaffee selbst geröstet haben. Wo findet man denn sowas? Na gut, wir haben also eine größere kulturhistorische Sammlung im Haus. Wir fühlen uns ja auch der regionalen Geschichte verbunden. Und wo die Dinge dann als Stücke hier in das Museum gekommen sind, und da haben wir einen ganzen Teil eben im Bestand. Und wir entwickeln oft die Ausstellungsideen aus dem Bestand unseres Hauses. Das entwickelt sich einmal aus einer Themenbezogenheit und einmal aus dem Vorhandensein von historischen Exponaten, was für eine Ausstellung natürlich wichtig ist, sonst haben sie ja nichts auszustellen. Es geht also zurück in die Zeit vor Pets und Kapseln. Als Kaffeegenuss noch mit Handarbeit verbunden war. Wir haben zum Beispiel in der zweiten Vitrine hier am ersten Obergeschoss eine Deckelvase aus dem 17. Jahrhundert. Das ist die bisher bekannteste, älteste Darstellung einer kaffeetrinkenden Gesellschaft. Also wo Kaffee eben auch als gesellschaftliches Getränk eine Rolle spielt. Aber wir haben eben auch ganz sehenswerte Sachen aus den Designschulen des frühen 20. Jahrhunderts. Die also Kaffeegeschirr dann neu interpretiert haben. Und man kann hier wirklich so eine Reise machen von kulturhistorisch ganz beeindruckenden Stücken. Stücken aus dem Alltag des Genusses. Und das ist ja wirklich gespannt vom 17. Jahrhundert bis die Jetztzeit hinein. Kaffee wurde zu einem wichtigen Handelsgut. Gerade Holland sicherte sich im 17. Jahrhundert eine Vormachtstellung durch den Import von Kaffee aus der damaligen holländischen Kolonie Java. Die Kaffeepflanze gehörte Ende des 18. Jahrhunderts zu den am weitesten verbreiteten Kulturpflanzen in den Troben. Eher ist es historisch gesehen so das Merkmal, dass es zunächst ein Luxusgetränk war. Also Ausdruck einer gehobenen Gesellschaft, gehobener Trinkkultur. In den auch künstlerischen Salons hat man zu diesen gesellschaftlichen Anlässen Kaffee getrunken. Und was in dem Zusammenhang ganz interessant ist, ist die Bedeutung von Zucker. Also man hat Kaffee sehr süß getrunken, weil man das eigentlich als zu bitter empfand nach dem damaligen Geschmack. Und Zucker war exorbitant teuer. Und dann ist es natürlich schon ein hervorragendes Merkmal ausreichend gesüßten Kaffee zu trinken. Das ist auch so ein Ausdruck von Vornehmheit. Und es gibt dann auch sogar Zuckerdosen in den gehobenen Haushalten, die abschließbar waren. Da haben wir auch ein Stück im Haus. Dies diente dazu, dass ich die Dienerschaft nicht am kostbaren Weisen süßen Gold bediente. Wer mehr über Kaffee erfahren möchte, kann die Ausstellung noch bis zum 31. Oktober besuchen. All jene, die die Stufen des dicken Wilhelm bis ganz nach oben erklommen haben, haben sich dann auch einen Kaffee verdient, der im Café der Neuenburg gleich noch besser schmeckt.